Ich würde trotzdem mal einfach mal von allem eins töten Einfach um zu gucken, ob ich da nicht doch irgendeine Quest bekomme Weil eigentlich stehen die selten einfach rum und äh sind böse und geben aber keine Quest und machen keine Quest Ich muss noch zu den schrecklichen Tänzerinnen, okay Also biegen wir hier ab So Wenn ich dich lute, passiert nichts, okay Ein Blobbel ist zu mir gekommen Geh weg Liquidierte Vermögenswerte Der, wenn auch nicht farblich, aber doch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Leber hatte die wir mit uns rumgeschleppt haben, oder? Den Schwindler brauchen wir ja nicht Wow Naja, ihr gebt ihm noch ein bisschen Dann kümmere ich mich um dich Und die letzte Schuld sieht auch nicht ohne aus Aber geil Sehr cool Und die, die hier rumwandern, sind immer alle nett, ne? Nur die Bösen sind an einen Ort gefesselt Sehr metaphorisch Wobei ich schon finde, dass es ein Unterschied ist Ähm Ob man schwerreich Oder stinkreich ist Also ich meine, ich möchte keins von beidem sein, aber Alter Alter, wie viele denn noch? Pet Wieso hatte der denn zwei bei sich? Das fand ich gerade nicht nett Nicht nett Oh Schwindler übersehen Oh, da gibt es eine Quest Da gehen wir doch mal hin Nein, schlag mich eh gerade so ein bisschen durch Den letzten Tod hatten wir schon Ich brauche nur noch einen Steuereintreiber Einen normalen Steuereintreiber Dann nehmen wir den da Einen Gierschlund kümmere ich mich So, mein Freund Wer den Hals nicht feuer genug kriegt Der kriegt von mir auf die Fresse Vielleicht hilft es Um euch euren hart ererbten Reichtum zu nehmen Finde ich auch gut Um diesen noch wohlhabenderen zuzuführen Noch besser sogar Irgendwie sehr geil Die Steuereintreiber Und letzte Schuld Die den auf den Wohlstandshöhen Ansässigen Adel Terrorisierten wurden liquidiert Hier höher Aber da Irgendwo anders Wenn wir da irgendwie hinkommen Da ist noch ein Steuereintreiber Aber den brauche ich gar nicht Ich brauche noch Tänzer Gibt es hier Ja, hier müsste es doch die Tänzer geben Da sind die Tänzer Einmal noch heilen Weil die haben doch relativ böse Aua gemacht Dort und das Dann beschäftigen wir mal die andere Ja, du Weib Ich kann auch nichts dafür Dass du nicht tanzen kannst Musste mal Sido hören Der hat erklärt, wie man tanzt Ach nee, das war für Männer Ach Mensch Ich wusste, da gab es einen Haken So, und schauen wir mal Die schrecklichen Tänzerinnen Die auf der Polypen Promenade Eine Tanzrevolution Angezettelt haben Sind besiegt Eine Tanzrevolution Natürlich Unterstadt Ja, genau mit was Wirfst du denn, Junge? Und was hast du denn für Ärmel? Wie kannst du so überhaupt essen? Müsste die Antwort kommen? Gar nicht Ich habe Zähne Mit denen ich meine Leute aussauge Ich brauche nichts zu essen Ich trinke nur Pass auf Ich hau den noch kaputt Und dann kriegst du sofort ein Heal Versprochen Heal kommt Los geht's Ah, das sind gesättigte Vampire Es gibt gesättigte und unersättliche Die gesättigten brauchen wir aber nicht Gab's da nicht hier irgendwo noch eine Quest? Wenn wir da irgendwie hinkommen Alter So, greif mal den da an Der da hinten folgt Bestimmt auf dem Fuße Kommt gleich zu mir gebotet Dann hätte ich mich vielleicht heilen sollen Cleveres Kind Da kommt er Naja, immerhin ist dieser hier fast tot Und damit geht mein Pet auf den anderen los Sehr schön Dann ist das ja schon mal praktisch Davon dann noch Vier Heilen Immer mal wieder Das ist eine praktische Idee Ach, da ist noch einer Ich wollte gerade sagen Wo sind die denn alle? Ich kann sie nicht töten Wenn sie nicht da sind Ich meine, okay Ich kann bestimmt auch So einen Gelben angreifen Und der wird dann unersättlich Oder sowas Kann ich mir durchaus vorstellen Aber Ja, also diese Stadt hier Birgt alle möglichen Quests Alle möglichen Ebenen Deswegen würde ich erstmal hier oben jetzt gucken Müsste ich jetzt wieder bei dem Steuereintreiber sein Ja Aber da gab's ja noch eine Quest Genau Irgendwo Hier Ist auch nicht höher Unproduktiver Pilz Da Okay Dann gehen wir mal hier so am Rand lang Oh, guck mal Da ist ein Artefakt Was ist das? Ein güldener Gutgolem Ein güldener Gutgolem Wie süß Ja, schneid ihm doch einen Arm ab, weißt Das ist dann Weil er ja golden ist So, was haben wir hier? Pilze Verkuppler Ich habe Mühe Meine Sporen dort heraus zu bekommen Nehmt ein paar von meinen Ein paar meiner Sporen Und verteilt sie für mich Ich bin sicher Wow Ich bin mir sicher Dass ihr ein paar geeignete Plätze dafür finden werdet Seid ihr dabei? Äh, ja Hoffe ich Oh, nein Ich wollte nicht Nein Geh weg Geh weg Ach Ach, innerhalb der Unterstadt Okay Pat, komm jetzt Wir gehen Wir wollen nicht zu den reichen Leuten Wir wollen in die Unterstadt Da müssen wir eh noch Ähm Leute töten Deswegen ist es gar nicht so schlecht Dass wir hier hin müssen Die lag vorher aber noch nicht da Ich dachte, da hätte es gerade geblitzert Und ganz ehrlich Das ist alles mögliche Aber keine verlockende Blume Ich würde erst mal das machen Ja, hier Mach doch Dann hätten wir nämlich schon mal das weg Und, äh, ne Okay, also wir brauchen die komischen verlockenden Blumen Die ich nicht ganz so verlockend finde Wenn ich ehrlich sein soll Ganz großes Tennis Dass dieser Poller mir wieder im Weg war Beißen schlechte Entscheidungen Ja, wenn ich daneben will Ja, wenn ich daneben will, ist das eine sehr schlechte Entscheidung Geht bitte woanders Darüber philosophieren Ob man Menschen beißen sollte Oder nicht Wobei ich das gar nicht so schlimm finde Ehrlich gesagt Also ich finde es nicht so schlimm Äh Wenn es sowas wie Vampire geben würde Die Menschen Äh Entweder Ein bisschen ansaugen Um zu überleben Mmm No So So